schön dass ihr wieder reinschaut bei trick pc wir schauen uns heute ein neues produkt an nämlich einen cpu luftkühler beziehungsweise wie amazon ihn nennt einen computer kühlüfter von amazon basics die marke dürftet ihr alle kennen da gibt es funktionale alltagsprodukte zu sehr guten preisen meistens was hätte sich da jetzt mehr angeboten als natürlich ein rgb cpu kühler name ist sehr treffend preislich knapp unter 26 euro kostet das gute stück wir haben uns einfach mal für euch ein bestellt und fühlen dem teil jetzt mal auf den zahn ausgeliefert wird der amazon basic luftkühler dann in einer dezenten kartonage ist wirklich einfach nur eine kartonage und darin gibt es natürlich den luftkühler mit 92 millimeter lüfter als auch ein kleines zubehörpaket das umfasst montage material für am 4 am 5 lgr 1700 als auch lgr 1200 eine einbauanleitung ist dabei und auch noch eine kleine tube wärmeleitpaste sowie ein rgb controller dann schauen wir uns ins kühlkörper wie immer mal kurz genauer an und vielleicht fällt dem ein oder anderen jetzt da natürlich schon was auf es ist ein 92 millimeter turmkühler mit einer höhe von 13,6 zentimetern der passt also so ziemlich in jedes normale tower gehäuse rein man setzt dann auf vier sechs millimeter kupfer heatpipes und auf der unterseite auf hdt sprich direct touch heatpipes sind direkt angeschliffen in einen aluminium block eingelassen und sorgen so dafür dass die abwärme dann an die oberen lamellen abtransportiert wird wir haben unten dann auch noch einen kleineren erweiterten kühlkörper drauf und wir sehen auch wenn wir den kühler uns von unten betrachten zwei bohrungen da könnt ihr dann bei der montage entsprechend amd oder intel bügel ranschrauben und dann das ganze teil auf die cpu verfrachten zudem von der seite betrachtet der kühler hat ein leicht asymmetrisches design somit bleiben eure arbeitsspeicherslots wie in unserem fall hier auf atx mainboards und auch auf den meisten micro atx boards dann frei und nach oben hin abgeschlossen ist der kühler mit der letzten lamelle und auch die papetten wurden oben zwar relativ sauber abgeschlossen käppchen oder sowas in die richtung findet man hier allerdings nicht genauso wie eine vernickelung dann zum lüfter ist ein 92 mm lüfter aus kunststoff gefertigt mit einem transparenten eigentlichen rotor der verfügt nämlich über eine rgb beleuchtung wie hier sie die ganze zeit auch schon seht wichtig an der sache ist eine ältere rgb beleuchtung 4 pin 12 volt ihr habt im lieferumfang dafür den rgb controller dabei da könnt ihr verschiedene farben die helligkeit und verschiedene effekte durchschalten der controller selbst ist ein kleiner taster wird mit molex strom betrieben ist jetzt auch nicht so das modernste preispunkt technisch muss man allerdings sagen für unter 26 euro lassen wir das jetzt einfach mal so durchgehen der eigentliche lüfter ist mit zwei kunststoff nasen an den kühlkörper dran geklebt von hinten ist der lüfter dann an diesen mit jeweils zwei schrauben auf beiden seiten verschraubt ihr könnt auch einen anderen 92 mm lüfter dran packen müsst allerdings dafür dann die antifibrations gummies abmachen die über die schrauben geklebt wurden wenn ihr die zu lange ablass kleben sie nicht mehr richtig das hätte man jetzt auch ein bisschen schöner lösen können vielleicht allerdings bei dem preispunkt lassen wir das jetzt auch einfach mal so im raum stehen und von der verarbeitung her ist alles ringsum in ordnung gibt soweit von unserer seite jetzt nichts groß daran auszusetzen jetzt haben wir uns den kühler ringsum angesehen und dem ein oder anderen ist vielleicht das schon ins auge gefallen dachte sich so irgendwoher kenne ich doch diesen kühler und da habt ihr dann richtig eingeschätzt nämlich er hat ein prominentes vorbild wie im intro angesprochen und zwar aus dem hause cooler master den hyper h 412 rgb ich habe jetzt hier nur die normale version leuchtet nicht allerdings wenn man sich den kühler ringsum dann ein bisschen anschaut ich zeige euch das hier gerade mal auf dem foto seht ihr dass die nahezu baugleich sind abgesehen von hinten noch einem winkel drin an den lamellen lüfter technisch heatpipe technisch vom gewicht her von der höhe passt alles somit ist hier cooler master quasi der fertiger dieses kühlkörpers man sieht allerdings bei dem amazon basic produkt nicht mehr irgendwelche cooler master schriftzüge oder dergleichen sondern das sieht man wirklich nur wenn man beide hier mal nebeneinander hält betrifft wohl auch die wärmeleitpaste im lieferumfang auch hier ein kleines bild dazu ich würde mal darauf tippen dass das auch cooler master master gel ist ist jetzt zwar nichts beschriftet außer dass es wärmeleitpaste ist würde natürlich aber sehr nahe liegen nachdem jetzt das mysterium kurz mal aufgeklärt haben wer denn hier eigentlich der fertiger dieses cpu lüfters ist kurz noch zur montage bei amd system schraubt ihr die amd bügel an den kühlkörper mit der einen schraube und dann wird der kühler mit der retention modul backplate einfach verschraubt schön an der sache ist den lüfter müsst ihr für die montage nicht abnehmen dann zur parade disziplin von einem neuen cpu lüfter beziehungsweise kühler nämlich fangen wir mit den temperaturen an da reißt der amazon basic luftkühler bei uns jetzt keine bäume aus in angesichts des preispunktes als auch der größe und der lüfterbestückung ist das jetzt auch nicht so sonderlich verwunderlich positioniert sich dabei einer maximalen lüfterleistung bei uns im hinteren testfeld mit 70 prozent lüfterleistung pi mal daumen 1600 umdrehungen sind die temperaturen dann auch noch ausreichend bis okay dass in den ryzen 7 wie in unserem fall hier 2700x kühlen könnt und dass der pc auch nicht einfriert oder sonst was macht spätestens 50 prozent lüfterleistung das entspricht dann pi mal daumen 1200 umdrehungen wird es dann schon relativ kuschelig im pc mit über 80 grad und spätestens dann bei 30 prozent lüfterleistung unter 1000 umdrehungen knacken wir die 90 grad da wird es dann nicht mehr kuschelig da wird es dann relativ warm also je nachdem was findet cpu zu hause einsetzt ist der kühler jetzt nicht unbedingt dann dafür geeignet vor allen dingen nicht für high end cpus ja dann noch thema der lautstärke mit maximaler drehzahl ist er aus dem system wahrzunehmen wir messen hier 33,64 dezibel bzw 1,73 zone das ist jetzt nicht weiter dramatisch dennoch hörbar ist er vor allen dingen auch empfindliche ohren kann das schon zu laut sein 70 prozent lüfterleistung so wie gesagt 1600 umdrehungen messen wir nur noch 28,78 beziehungsweise 1,03 zone das ist dann schon nur noch ganz dezent wahrnehmbar da kann man ihn dann auch schon in dem pc gehäuse einsetzen wenn man jetzt nicht ganz so ein silent freak ist mucksmäuschen still wird der kühler ab 50 prozent da messen wir dann nur noch 22,98 dezibel beziehungsweise 0,47 zone da sinkt allerdings wie wir gesehen haben auch die kühlleistung dann sehr sehr stark ab was bei 30 prozent das muss ich euch jetzt nicht noch mal erzählen da ist er dann zwar wirklich lautlos kühlleistung ist aber gelinde gesagt jetzt nicht so das gelbe vom ei was können wir jetzt also abschließend zum amazon basics computer kühllüfter beziehungsweise cpu luftkühler sagen 26 euro kostet das gute stück ist soweit gut verarbeitet lässt sich einfach montieren ihr habt eine nette rgb beleuchtung dabei ramslots bleiben frei temperaturen abhängig von eurer cpu kann man schon problemlos einsetzen wenn ihr wisst was ihr damit machen möchtet overclocking könnt er gleich mal von der liste streichen auch ansonsten ist die kühlleistung okay für größere cpus aller ryzen 7 und core e7 würden wir generell zu einem größeren modell greifen wenn ihr budget cpus zu hause nutzt oder auch ältere kaliber die jetzt nicht ganz so viel abwärme produzieren könnte mit dem ding im verhältnis auch zu einem boxlüfter nicht viel falsch machen lautstärke technisch ist soweit auch okay maximaler drehzahl wahrnehmbar bisschen runter geregelt noch dezent wahrnehmbar geht auch mucksmäuschen still dann müsst ihr aber schauen wie ihr das mit der kühlleistung entsprechend hinbekommt weiterer bonus an dem amazon basics kühler der eigentlich den cooler master kühler den hyper 412 rgb dann komplett überflüssig macht kühlleistung lautstärke sind quasi identisch montage auch nur kostet der amazon basic kühler zwischen drei und vier euro weniger sprich wenn ihr an diesem kühler jetzt gefallen gefunden habt bestellt euch den einfach bei amazon da spart er auch noch drei bis vier euro und habt entsprechend dasselbe produkt auch besonders wenn euch das cooler master branding auf den kühlern nicht gefallen sollte ja das wäre es soweit von unserer stelle wir hoffen die kleine exkursion mal wieder ein anderes und neues produkt hat euch gefallen wenn ihr mehr so was sehen möchtet dann schreibt uns das auch sehr gerne in die video kommentare dann schauen wir natürlich dass man dafür euch noch mehr produkte dann entsprechend zusammen sammeln oder uns auch natürlich einfach welche für euch bestellen ja ansonsten frage einigungen oder kritik wie immer auch sehr gerne unten in die video kommentare und ich bedanke mich recht herzlich dass ihr bei uns reingeschaut habt und wenn ihr uns unterstützen möchtet wisst ihr wir freuen uns über euren support abo da lassen daumen nach oben und glocke aktivieren dann verpasst ihr keines mehr unsere testvideos und dann sehen wir uns beim nächsten mal bei trick pc einfach wieder